Heute haben wir den 31.01.2011. Wir sind wieder an Didamskopf mit Knut Jäger und Co. Und vor mir ist gerade Nils. Den hole ich jetzt leider nicht weiter ran. Das ist mir ein bisschen zu viel Fummelei. Das ist jetzt der dritte Flug von oben. Wir starten von oben, aber unterhalb der Doppelsitzerbahn. Ja, dann schauen wir mal. Doppelscherbahn Da unten haben wir die Landefläche und ich gucke mal, ob ich ein bisschen näher an Nils rankomme. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020